Mein Name ist Timo Wagner, ich bin 16 Jahre alt, bin linker Außenverleger beim F108-Villigen. Meine bisherigen Fragen waren der F107-Vortwagen, die Sportvereine schönen Tag. Mein persönliches Ziel ist, mich immer wieder zu verbessern, den Drängen immer 100% zu heben. Und meine Ziele mit der Mannschaft war einfach der Klassenanhalt. Ich denke, der hat schon geschafft. Und jetzt einfach am höchsten möglich zu stehen nach der Saison.